Katalog Nummer 22, der schöne Seeatlas von Wachana, koloriertes Exemplar, Leiden 1586, sehr selten, mit einem Schätzpreis von 180.000 versehen, ich kann mit 135.000 beginnen. Die sind bei mir geboten, 135.000 sind bei mir geboten, bietet jemand mehr als 135.000, dort sind 140.000 geboten, 145.000, 150.000 bei mir, 150.000, 155.000, 160.000, 165.000, 170.000, 175.000, 180.000 und 185.000, 190.000, 195.000, 200.000 Euro sind bei mir, 200.000, 210.000, 210.000, 215.000, 220.000, 220.000 Euro, 230.000 Euro, 240.000, 250.000, 250.000 Euro und 260.000, 260.000 Euro, zum Ersten, 260.000 Euro, zum Zweiten, und letzte Gelegenheit, 260.000 Euro, zum Dritten. begegnen, 200.000 Euro, zum Zweiten. see where they can be met a Euro, zum Lobbus live, 200.000 Euro, zum Ehrenner, spricht zum Ehrenner, 200.000 Euro. insbesondere Want einost Superman.... da, wo wirin springen,